Schau, da haben wir noch einen, noch einen, so schön ist er, so schön haben sie die Pferde Wie am Land, wie wir in Wien sind, das ist nicht schön da, wie lauter kleine Bauernhöfe Das sagt man aber, Pferd geht sein gut und seinen Kellerstallungen, alles klug So geht es ja noch, schön ist da Gibt es irgendwas zu beanstanden? Guten Tag, guten Abend, alle Morgen! Super! Na gut So schön ist er, wo die Pferde zu Hause sind, und die Pferde, schön oder? Wie am Bauernhof Da hinten sind lauter Koppeln bis tief in den Wald rein, also die Pferde haben es wirklich gut. Drüben sind auch Koppeln, überall, wie eine kleine Stadt. Sehr schön, also da braucht man sich keine Sorgen machen, wegen den Pferden, denen geht's gut. So geht's da weiter, überall, solche kleinen schönen Häuschen, wie am Land, ruhig, grün, was will man mir? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Pfarrer ist erschienen. Jeff, was ist zutraulich? Jetzt geht's weiter, wunderschön. Alles grün und schön. Ich würde sagen, mit den Pferden geht's schlecht. Was ist an den Kellerstallungen? Wo sind die Kellerstallungen? Schaut das irgendwie aus? Noch ein Keller? Ich glaube nicht.